Ja, herzlich willkommen hier auf Aktienlust TV. Ja, Börse aktuell heute. Statt dem Tagesbriefing vom MIG werde ich euch heute über das aktuelle Börsengeschehen informieren. Der MIG ist immer noch auf dem Weg nach Fulda. Wahrscheinlich durch den Sturm ein paar Bäume auf der Autobahn oder was auch immer. Tornado über Frankfurt. Von daher hat er es nicht rechtzeitig hier zur Sendung geschafft, aber ihr kriegt das Wichtigste von mir. Ja, erstmals eigentlich seit langer, langer Zeit liefern große Indizes Verkaufssignale und könnten damit eigentlich diese Konsolidierungsphase, Korrekturphase einläuten. Natürlich wissen wir auch aus der Vergangenheit, es ist ein Impuls aus dieser geopolitischen Spannungslage rund um die Krise in Israel. Ja, schlägt Israel jetzt gegen den Iran zurück oder nicht? Wie geht das aus? Und die Börse hasst ja nun mal Unsicherheit, weil man eben genau nicht weiß, wie heftig schlägt Israel zu. Was ist die Reaktion aus dem Iran? Ja, Annalena Baerbock ist ja unterwegs nach Israel, versucht da irgendwie auch noch Wogen zu glätten. Olaf Scholz mit Xi Jinping, die telefonieren natürlich auch mit dem Iran, mit Israel. Ja, hoffen wir, dass da die Eskalation sich in Grenzen hält oder es gar nicht stattfindet. Und es ist ein unsägliches Thema, aber insgesamt natürlich damit auch die Angstfaktoren am Marktgrößer. Flucht in Sicherheit, das spiegelt sich natürlich auch im Fear and Creed Index wieder. Der erstmals jetzt seit langer Zeit in den Fear-Bereich abgetaucht ist, 39 Punkte. Und damit sind wir eigentlich aus der technischen Sicht ja wieder mal weit von der Neutralität und vor allem weit von der Euphorie entfernt. Was aber auch widerspiegelt, dass Korrekturen ablaufen, was ja wiederum gut ist. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail heute auch an. Ja, der S&P 500, wir sehen es hier, mit diesem Verlusttag von gestern letztendlich abgekippt. Jetzt kann es natürlich Richtung 4.800 Punkte gehen. Wir werden natürlich auch hier, sollten wir eine Konsolidierungsphase kriegen, eine Korrekturphase, das nicht auf einen Rutsch kriegen. Das heißt, wir werden hier wiederum Erholungstage kriegen. Und ich muss auch einräumen, auch hier ist das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen. Es kann eben auch dieser kurze technische Unfall sein, bevor die Berichtssaison die Märkte nochmal nach oben führt. Und vielleicht auch durch die Entspannung in Israel, dass letztendlich eine Bärenfalle wird. Wir müssen darauf eingestellt sein. Wir hatten euch ja auch gesagt, Cash macht durchaus Sinn. Die Bäume werden jetzt nicht mehr so unbedingt in den Himmel wachsen. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt jetzt schon investieren. Ob das bei The Dip jetzt richtig ist, das sei mal dahingestellt. Also, wir haben Luft nach unten beim S&P 500 und diese Verkaufssignale habe ich euch auch mal im Nasdaq 100 eingetragen. Dieses bei The Dip, das sind immer diese kleinen blauen Kreise. Das heißt, immer waren die Tiefpunkte einer Abwärtsbewegung oberhalb der Tiefpunkte der vorherigen Abwärtsbewegung. Also bei The Dip immer nach oben. Und diesmal ist erstmals dieser Ausschlag unter das vorherige Tief gefallen. Und das ist letztendlich per se ein Verkaufssignal. Und wir sehen es auch im Nasdaq 100. Wir haben hier die Unterstützung bei 17.000 Punkten. Und dann die nächste bei 16.500 in etwa. Da kommt die 200-Tage-Linie die nächste Zeit eben da auch hin. Also das müssen wir im Auge behalten. Es ist aber auch, und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, bitte kein Grund jetzt nervös zu werden. Um Himmels Willens, muss ich jetzt verkaufen, muss ich da raus? Also ich persönlich bin um die 11% im Cash aktuell. Ja, und daran werde ich erstmal noch nicht so viel ändern. Ich hätte noch etwas mehr aufgebaut, wenn wir noch ein bisschen eine Spitze nach oben bekommen hätten. Haben wir aber nicht. Also wir hatten nicht diese euphorische Übertreibung. Wir hatten schon die Branchenrotation. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft nach unten. Und schauen wir mal, wohin die führt. Und ich schätze oder taxiere das Risiko bei den Indizes maximal auf 10, 12%. Und das sind wir vielleicht eben bei diesen 17.000, 16.500 im Nasdaq. Und das sollte es dann auch schon wieder gewesen sein. Warum ich da auch zuversichtlich bin, zeigt sich eben auch in diesen einzelnen Aktien, die unterschiedlich sich entwickeln. Ja, wir hatten ja zu Jahresbeginn zum Beispiel Aktien wie Elphabet oder Amazon, die nicht so gut mitgelaufen sind, während andere durch die Decke geschossen sind. Zuletzt haben sich diese Aktien wiederum stark gezeigt, während andere korrigiert haben. Schauen wir uns eben eine Elphabet an. Und da sehen wir eben auch diese Dips. Ja, die sind natürlich noch deutlich entfernt. Also wir könnten durchaus hier nochmal das Ausbruchsniveau bei Elphabet um die 150 Dollar. Wir könnten auch nochmal die Kurslücke bei 145 Dollar schließen. Und trotzdem wäre noch dieser Aufwärtstrend tadellos intakt. Und das Kaufsignal dementsprechend genauso. Oder bei einer Amazon. Ja, da haben wir ja vor zwei Tagen erst ein neues Allzeithoch erreicht. Von daher auch hier bitte die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir uns jetzt mal hier vielleicht mal um 5, 7 Prozent wieder nach unten bewegen, sind das trotzdem sehr, sehr starke technische Aktien. Und erinnert euch, ich habe euch auch im Bereich der Momentum-Liste ja auch erzählt, jetzt nicht gleich in diese Aktien rein, maximal mal einen Fuß in die Tür stellen, weil in der nächsten Korrektur, da werden diese Aktien spannen, weil dann lohnt es sich hier zuzugreifen. Und wie gesagt, aktuell ist es wirklich eine 50-50-Situation, ob wir in die Korrektur jetzt schon gehen oder noch nicht. Oder ob wir nochmal uns da oben tasten, vielleicht auch Doppeltops machen in den Indizes. Das werden die nächsten Tage natürlich zeigen, weil die Berichtssaison kommt ja jetzt wirklich erst noch mit Vollgas, vor allen Dingen dann nächste Woche, wenn dann eben auch die großen Technologiekonzerne anfangen. Aber es gibt eben schon die Branchen, die korrigieren, die Aktien, die korrigieren. Ich habe hier mal exemplarisch eine EMD mitgebracht, Advanced Micro Devices. Ja, da waren wir schon bei 230 Dollar, ja, Schlusskurs gestern 160 Dollar. Und da sieht man schon, da ist schon ordentlich was wieder abgegeben worden. Und da locken natürlich schon irgendwann die ersten Kaufkurse, 200-Tage-Linie bei 143 Dollar. Und ich sage mal, in dem Bereich kann ich da wieder ganz, ganz bequem eben einsteigen. Ja, was gab es heute noch von den Zahlen? Einige schon vorweg oder heute rausgekommen, vor allen Dingen aus dem Finanzsektor. Bank of America hat im ersten Quartal mit dem Gewinn je Aktie von 83 Cent die Erwartungen von 76 Cent geschlagen. Umsatz mit 25,8 Milliarden über den erwarteten 25,5 Milliarden Dollar. Leicht positive Kursreaktion vorbörslich. Genauso bei der Bank of New York, Mellon, auch hier Gewinn je Aktie mit 1,25 Dollar über den geschätzten 1,19 Dollar. Umsatz 4,53 Milliarden Dollar über den erwarteten 4,38 Milliarden. Geht es auch leicht nach oben. Deutlich nach oben über 3 Prozent. Morgen Stanley. Ja, hier hat man wirklich starke Zahlen vorgelegt. Vor allen Dingen Gewinn je Aktie mit 2,02 Dollar deutlich über den Schätzungen von 1,67 Dollar. Und auch beim Umsatz mit 15,1 Milliarden Dollar über den geschätzten 14,42 Milliarden. Dann erster Konsumgüterkonzern mit Rang und Name, nämlich Johnson & Johnson. Auch hier die Zahlen besser beim Gewinn je Aktie mit 2,71 Dollar statt 2,64 Dollar. Der Umsatz ganz knapp unter den Erwartungen von 21,4 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende, das ist etwas, was den Jens freuen wird. Schaut euch gestern nochmal unsere Aufzeichnung an von der Live-Sendung. Wir haben ja gestern für die Börsenshow am Donnerstag geübt, ja, die Technik ausprobiert. Und da war ja Jens mit Dividendenaktien zu Gast. Also Quartalsdividende hoch auf 1,24 Dollar von 1,19 Dollar. Trotzdem leicht negative Reaktion, obwohl eigentlich im Ausblick jetzt Johnson & Johnson konkreter wurde. Und eigentlich aus meiner Sicht eher nach oben angepasst. Statt einem Wachstum von mindestens 5 Prozent hat man es jetzt auf 5,5 bis 6 Prozent. Ja, eingegrenzt. Und der bereinigte Gewinn, der soll nun, war vorher die Schätzung im schlechtesten Fall, 10,55 Dollar. Jetzt soll er bei 10,60 Dollar bis 10,75 Dollar reinkommen. Also da ist man schon, was die Prognose Stabilität angeht, hier ganz oben dabei bei Johnson & Johnson. Im ersten Quartal jedenfalls hat sich der Gewinn um 12,4 Prozent erhöht. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wenn wir uns die Aktie anschauen, ja da sind wir ja jetzt in der Bodenbildung weit fortgeschritten bei 150 Dollar knapp drunter. Aber wir sehen es ja auch dann in der Konsolidierungsphase zwischen 2,18 und 2,20. Da kann es auch mal sein, dass man kurzfristig auch mal unter diese Unterstützung fällt und sich dann wieder berappelt. Bei Johnson & Johnson ist es eigentlich immer so, wenn so eine Aktie mal zurückkommt, wir haben jetzt ein KGV um die 13 für so eine Aktie. Das ist wirklich geschenkt. Da kann man hier, denke ich, wieder an Bord gehen. Ja, auch Rettung in letzter Sekunde bei United Health. Ja, wisst ja, großer Gesundheitsdienstleister in den USA, auch dort zu Hause mit Krankenkassen, Krankenversicherung etc. 99,8 Milliarden Dollar Umsatz über den Schätzungen und Gewinn je Aktie 6,91 Dollar ebenfalls über den Schätzungen von 6,62 Dollar. Und ihr seht es im Chart, eigentlich ein Traum bei dieser Aktie, wie es hier langfristig nach oben geht. Und jetzt hat man mal eine Seitwärtsbewegung über 2, 3 Jahre hinweg. Ich glaube, dass das jetzt ein schönes Niveau ist, um hier wieder an Bord zu gehen. Und heute Morgen gab es auch starke Zahlen von Bayersdorf. Ja, auch hier geht es heute schön nach oben. Der Umsatz legte organisch um 7,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Und wie gesagt, im Ausblick zeigt man sich eigentlich auch ganz zuversichtlich. Organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent wird hier anvisiert. Bislang war es im mittleren Einstellungsbereich. Also das ist eher nach oben angepasst. Von daher positive Kursreaktion absolut angebracht. Und wir sehen es auch im Chart. Schöne Entwicklung über die Jahre hinweg. Und das ist auch etwas Konsumgüterartikel mit Nivea-Tesa. Ich meine, das gehört ja zu Bayersdorf. Da macht man so viel nicht falsch. Vor allen Dingen, wenn jetzt eine Aktie jetzt auch mal ein bisschen sich gesetzt hat von 150 auf 130 Euro, denke ich, ist das schon wieder ein ganz brauchbares Niveau. Also, halten wir noch mal fest. Es ist eine schwierige Phase aktuell wegen der Gemengelage rund um Israel. Das bremst natürlich die Kauflaune, ganz klar. Erhöht die Verkaufslaune, vielleicht auch die Absicherungsgedanken. Und da muss man natürlich schauen, was daraus wird. Erweitert sich das zu einer Konsolidierung, Korrektur. Wir hätten Luft nach unten. Und manchmal ist das ja auch gesund und gut so. Insgesamt das Potenzial aber überschaubar. Jetzt da noch irgendwas zu geben oder großartig zu verkaufen. Natürlich kann man noch ein bisschen was auf die Seidenlinie stellen. Also, ich empfehle ja immer so 10%, 11% mal als Reserve zu haben. Mehr macht aus meiner Sicht aktuell keinen Sinn. Dafür sind auch die Parameter schon wieder zu gedämpft. Wie gesagt, vielen Greed. Ich habe es eingangs erwähnt. Und von daher kein Grund da letztendlich zur Tristesse, sondern einfach Business as usual. Und wir machen natürlich hier morgen weiter. Keine Frage. Und ob es den Crash gibt, ja, das kläre ich am Donnerstag mit Mr. Dax. Mit natürlich unserem Dirk Müller. Und wenn es um solche Prognosen geht, da ist er ja ganz schnell dabei. Dann schauen wir mal, was wir diesbezüglich hier rausbekommen. Also, noch einiges los diese Woche. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann, macht's gut.